Hallo Leute, ich bin der Adrian Apostelhoff, mein neuer YouTube-Kanal. Ich fange heute den 19.10.2016 und er kann nicht so gut Deutsch reden gerade, deswegen wird er ein bisschen bulgarisch und ein bisschen deutsch machen. Und ich bin der Ios, ich bin sein Freund. Ja, er hat auch selbst einen YouTube-Kanal. Abonniert ihn, mich auch natürlich. Ein Like, würde mir richtig gefallen, bei ihm auch. Und so, abonniert ihn, mich auch. Komm, ein Depp, ein Depp muss dabei sein. Ein Depp, ein Depp. Leute, ein Depp. Und jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wie man das macht. Und jetzt verfüllt man das.